So, hier rein. So, wer sich hier schlecht verhält, ne? Kriegt von Fawkes richtig eins auf die Fresse. Äh, okay. Wo ist denn die Alte, die die Finger haben will? Regulator, ah hier sie. Wieso rennt ihr denn so? Senora Cruz, hallo. Sag mal. Die Regulatoren heißen sie abermals willkommen. Dann waren sie also fleißig. Gut, zeigen sie mir, was sie haben. In Oasis sind Naturfreaks, also Hippies. Ihr Einsatz ist beeindruckend. Hier ist ihre Belohnung. Spreng die Hippies. Aber ziehen sie sich noch nicht zurück. Es gibt noch viel zu tun. Wir haben Karma dazu gewonnen und 140 Kronkorb. Wegen Fawkes rennen die alle. Ah, das ist doch ein guter. Tschüss. Ihr braucht keine Angst haben. Der Typ gehört zu mir. So, okay. Ähm. Dann wollten wir jetzt zu der Vault hier. Mache ich mir mal eine Markierung hin. Die Aufgabe hier. Zack. Ich will die Aufgabe weg machen. Geht das nicht? Ne. Ich muss scheinbar eine. Dein Leben ist kein Problem. Boah. Oh, wo kommt ihr denn her? Wie groß sind die denn? Ah. Hässlige. Hey. Wo ist meine Waffe? Ey. Seriously. Wo ist meine Waffe? Okay. Jetzt hat Fawkes die ja eh gleich schon besiegt. Ey. Wenn die Fawkes töten, ne? Blitzherpes, ey. Wo kamen die her? Wo kamen die her? Ich hab mich voll erschrocken. Erstmal was schnabulieren jetzt. Da kann doch keiner mit rechnen. Wo haben wir viele Stimpacks? Leck, oh mio. Ähm. Bin ich jetzt verkrüppelt? Ne, okay. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen... Wieso sind meine... Meine ganzen Waffen sind schon wieder... Hab ich alle... Scheiße, hab ich aus Versehen alle chinesischen Sturmgewehre verkauft? Nein. Hier ist auch noch eins. Es soll auf der 3 sein. Ich hab die ganze Zeit 3 gedrückt und es kam nicht. Okay. So, in die Richtung soll es jetzt gehen. Weiter geht die wilde Wahnsinnsfahrt. Kann ich seine Lebenspunkte irgendwie sehen? Ah ja, warte mal. Wahrscheinlich, wenn ich... Volle Lebensenergie. Easy Game, ey. Gut, wir sollten aber ein Auge offen halten. Da hinten. Was ist das da für einer? Ich fürchte, nix Gutes leider. Aber wir haben ja ein paar Granaten dabei, Leute. Ich töte nur. Oh. Der hat eine Rakete geworfen. Wie viel Chance habe ich, den anderen zu treffen? 0%. Das ist schon mal scheiße. Dann schmeißen wir auf den. Boom. Oh, der Typ mit seinem Laser-Ding geht aber gut ab, ey. Voll Laser, wie er abgeht, würde ich mal sagen. So, ich wette, den treffe ich wieder nicht. Dass die auch keinen Schaden kriegen, wenn die dahinter stehen. Aber krass, wie viele Leute der Enklave jetzt hier rumrennen. Das ist ja irgendwie richtig unsexy, finde ich. Soll die Scheiße. Sollen... Sollen mal schön zu Hause bleiben. Oh, wieder ein Plasma-Gewehr. Das nehmen wir mit. Und die Pulsmider auch. Hatte der keinen Finger oder habe ich den nur nicht eingesammelt? Okay, komisch. Fox, du bist immer im Weg. Weißt du das? Den hat er denn jetzt entstanden? Fox, komm doch! Dreckiges Raider-Pack. Wow, der ist zerfetzt. Da gehe ich jetzt aber nicht hin, um die Überreste einzusammeln. Ah, wenn ich nicht derjenige bin, der ihn killt, dann bekomme ich keinen Finger. Das ist aber gemein. Finger kann ich doch eigentlich immer abschneiden. Die Hauptquests von Fallout 4 geht auf keinen Fall 400 Stunden. Das wäre total übertrieben. 400 Stunden Spielzeit wahrscheinlich, wenn du jeden Stein umdrehst. Aber das kannst du, glaube ich, hier... Also du kannst ja in Fallout 3 und New Vegas schon Jahre versenken. Da vorne ist eine richtig dicke Party. Okay, und ähm... Ja, bringen wir mal ein bisschen Schwung da rein, ne? Wieder Leute von der Enklave. Oh! Der Offizier brennt. Tja. Wieso brenne ich jetzt auch? Wer macht das? Achso, der da. Okay. Lass Forks in Ruhe! Und komm schon, den müssen wir jetzt fertig machen hier. Ich wusste ja nicht, dass diese Augen-Bots auch böse sein können. Ich dachte immer, die wären friedlich eigentlich. Neun Forks, wie geht's dir? Full-HP, der Übertreiber, ey. Der ist unbesiegbar, habe ich das Gefühl, langsam. Auf jeden Fall hält der gut was aus. So, Gleisnägel, Finger, Mikrofusion, Stem, Plasma-Mine läuft bei uns. Hochleistungsofen. Hochleistungsofen. Nein, danke. Ähm... Kronkorken, Pfeile. Warum ist ein Laubbläser in diesen Aufbewahrungskisten? Man weiß es nicht. Und was haben sie hier? Kronkorken, Mentats und ein Power-Armor wieder. Also, die Enklave geht aber auch gut abgeraht, ne? Die machen hier richtig Ramba-Zamba. So, dann nehmen wir jetzt wieder das hier in die Hand. Feldforschungsterminal. So, Leute, es ist wieder Zeit zu hacken. Da wollen wir mal schauen. Also... Ähm, wir fangen einfach mal wieder an mit, äh... Es gibt viele Idee-Worte. Dann nehmen wir mal so ein Consisted zum Beispiel. Sechs von neun. Alles klar, Leute. Ihr wisst, wie es geht. Ihr dürft schon mal suchen. Ich lösche ein paar Sachen. Consisted sechs von neun. Hier ist was. Na komm, hier müssen ja irgendwo noch ein paar sein, die wir wegkriegen. Hier ist noch einer. Sehr schön. Hier ist noch einer. So, also. Consisted sechs von neun. Dann gehen wir mal eure Vorschläge durch. Conducted. Conducted könnte sein. Conducted. Ja, probieren wir das. Conducted oder contained könnte es genauso gut sein. Probieren wir erst mal conducted. Okay, läuft bei uns. Läuft bei uns. Inventar, Waffen. Aha, Datenbank, bla bla. Zensusdaten über Durchreisende. Okay. Ja, gut. Haben wir gehackt. Gab Erfahrungspunkte. Da hinten ist schon wieder so ein dreckiger RAD-Skorpion. Der wurde, glaube ich, gesprengt. Nur einer von uns wird diesen RAD-Skorpion verlassen. Die Zeit ist reif. Ach, da ist schon wieder so ein Ball. Au. Au. RAD-Riesenskorpione. Aber die sind wirklich riesig. Was geht mit den Dingern, ey? Boah, scheiß die Wand dann, ey. Also so riesig habe ich die gar nicht in Erinnerung, muss ich ja mal ehrlich gestehen. Und, könntest du bitte von der Leiche da weggehen? So, Puls-Meter-Mikrosionszellen. Medics. Die Power-Rüstung, Stärke-Bewegung macht die halt runter, ne? Kann die, glaube ich, eh noch nicht richtig tragen, aktuell. Und die ist so mega schwer. Okay, wollen wir mal schauen, ob wir zur Vault gelangen. Ist eigentlich lustig mit so einem Begleiter. Meistens spiele ich eigentlich... Hä? Hier liegt ein Totenkopf einfach drauf. Meistens spiele ich ohne Begleiter. Weil ich immer... Weil ich immer... Ich bin eigentlich so ein einsamer Wanderer. Sonst ist es ja ganz ruhig hier. Da vorne... Alles klar. Scheiße, sind das viele. So, der Offizier kriegt direkt Granaten in die Fresse. Okay, der hat gesessen. So, hier vorne... Äh, gegen so einen scheiß Geschützturm. Ne, ne. Was 0%? Was soll die Kacke denn? Dann werfe ich halt selbst. Selbst ist der Mann. Ich habe auf jeden Fall irgendetwas mit Brot. Haben wir alles, Fawkes? Einer ist hier noch. Einer verkriecht sich hier hinter. Ah, einfach nur ein Geschützturm. Alles klar. Und es hat Boom gemacht. Sind die Viecher, also sind die... Ist die ein Klawe jetzt hier nur, weil wir... Experimentelle Roh-ID. Ist die jetzt nur, weil wir... Das Ding uns da gesprengt haben? Oder sind die hier immer? Würde mich mal interessieren. Also wenn ich hier früher hingekommen wäre, wären sie dann auch hier? Oder sind die jetzt nur hier, weil wir das jetzt so gemacht haben? Wieder durchschnittlich. Wir machen es trotzdem. Einfach nur für die Erfahrung. Alles klar, Matze. Hau rein. Schön, dass du dabei gewesen bist. Gute Nacht. Und einen schönen Sonntagmorgen. So. Ich hau euch wieder ein Ing-Wort, würde ich sagen. Und zwar Preparing. Drei von sechs. Es scheint also zumindest schon mal ein Ing-Wort zu sein. Und ihr könnt schon mal überlegen. Ich schaue in der Zeit, ob ich ein paar Bomben entfernen kann. Damit wir es ein bisschen einfacher haben, ne? Was ist das? Hier ist es nicht. Okay. Hier ist noch was. Ah doch, da gehen ein paar weg diesmal. Sehr schön. Hier kriege ich noch einen weg. So. Okay. Sehr schön. Also. Preparing. Stand im Raum. Revealing. Re... Wie... Link. Warte mal. Du hast es doch nicht falsch geschrieben, ne? Troubling. Troubling kann es nicht sein, weil dann müsste es vier korrekt haben. Wegen dem R hier. Troubling kann es also nicht sein. Searching. Searching könnte es wirklich sein. Wollen wir probieren, ob es Searching ist. Fünf von neun. Okay. Wir kommen der Sache näher. Es ist auf jeden Fall schon mal... Searching hat fünf. Ich hab das gelesen, Becky. Siehste? Und ich hab's sogar genommen. Ähm... So. Dann mal mal gucken. Also Searching hatte... Warte. Searching hatte wie viel? Fünf. Okay. Ähm... Searching. Es könnte Shambling sein. Searching. Shambling. Yo. Läuft bei uns, Leute. Wup, wup. Oh, Psych-Light ist jetzt auch grad geschrieben. Shambling. Alles klar. Hau rein, Tim-Spiel-G-R. Sorry. Den Namen kann ich nicht so ganz lesen. Äh... Nefi hat sogar Shambling gesagt. Ah, aber nicht als erster. Aber moin moin, Nefi. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Enklave Rules. Okay. Scheiß drauf. Ach, das lese ich jetzt eh nicht. Äh... Wir hauen einen Quick-Safe raus. Ich wollte eigentlich zu der Vault da vorne. Läuft bei uns, Leute. Schaut mal hier, wie wir durchs Ödland rennen. Wieso macht ihr die Gegend Sorgen? Wobei hier denn...